ja machst du ganz fein so gut ist fast schon tot so ja wie soll ich sagen das ist sicherlich langweilig anzusehen wo kurz weg wollen aber so kriegen wir den da am sichersten tot ohne dass er uns einfach so weg holzt so schießt noch mal ja wir haben ihn schon ziemlich weit runter so verbrauchen wir auch keine flaschen und heilung die für anderes brauchen später kann man die titanit dämon übrigens mit zaubern besser weg hauen also wenn man bestimmte wunder hat oder wenn man ein magier ist dann haut man die eigentlich weg wie nix gutes die titanit dämon so aber noch ein schuss müsste es brauchen so genau wechsel du zurück zum claymore und du aufs schild so erstmal lässt er wieder dämon titanit für uns da das macht jeder titanit dämon übrigens und wir kriegen auge des todes das ist wie gesagt ein multiplayer item lockt phantome aus anderen welten an wer den ein alt geleistet hat kann das objekt benutzen hüllen nicht die grässlichen augen des todes verbreiten unheil in benachbarten welten werden phantome in eine welt gelockt können sie dort zum opfer werden und den auge des todes zu weiteren wachstum verhelfen so weiter sich das verderben weiter aus also ja das ist glaube ich die der gemeinste 1 den es in dem spiel gibt und zwar versorgt man die welt eines anderen spielers mit so einem auge in dieser welt sporn dann starke gegner als schwarze phantome also zum beispiel benarik ein zweiter benarikeriter der kirche was ich so gehört habe und um das wegzumachen muss man in die welt des verseuchers eindringen und ihn besiegen also man wird dazu praktisch dazu genötigt selber zu invasieren das ganz schön gemein sein kann da komm her du deswegen bin ich froh dass es keinen multiplayer gibt dass ich kein multiplayer benutze da komm runter jetzt bin ich dir schon vor voraus gegangen hier ist übrigens eine sehr gemeine stelle wie man sehen kann sehen hier an zwei stellen die steht an zwei stellen sieht hier der boden komisch aus dort kann man durchbrechen dort will ich aber nicht durchbrechen ich will einfach hier runter und hier die nekromanten ausschalten versuchen wir es per bogen aua naja bogen hilft nicht so wirklich ich glaube wir versuchen es hat er kiri mäßig so du noch weg diese stelle ist nämlich sehr gemein hier erst mal ist hier ein skelett was vorhin runtergefallen ist und da ist das zweite skelett so sterbt einfach bitte ach so ihr lauft weg weil die gar nicht hierher gehört ja das ist die kluge ki die wollen nämlich einfach zurück an ihren sportpunkt hier kann die stelle nämlich gemein sein warum werde ich euch gleich verraten erst einmal müssen die jungs hier weg das hier sind nämlich höllenräder auf tun aber man sieht sie sind nicht auf die leichte schulter zu nehmen in ihrer rolle mit ihrer rollattacke machen sie nämlich verdammt viel schaden und sie wappen zeug knochenradschild genau wir benutzen sie nämlich jetzt als schild und kriegen gleich zwei stück davon so ja genau du kannst explodieren ja da hinten weitere knochenradschilder angerannt kommen kompus so wollte ich das eigentlich gar nicht ich wollte ja eigentlich ausweichen aber der gang ist blöderweise etwas zu eng so was das nächste da hinten so der schädel da scheinen sie nicht besonders angesprochen zu fühlen hier gibt es nämlich einen kleinen glitsch mal sehen ja genau die knochenradschilder können an dieser ecke nämlich durch die wand glitschen dann fallen sie ins nirvana und sterben dann irgendwann so ich will doch die knochenradschilder da hinten anlocken einen habe ich versuchen wir gleich zwei anzulocken ja gut zwei stück angelockt das sind noch insgesamt drei stück dahinten und theoretisch können wir sie auch einfach wegstechen wenn sie auf uns zu gerollt kommen so jetzt sollten wir uns schnell umdrehen wir jetzt komplett der andere der dann wieder durch die mauer glitscht ja der eine müsste bereits gestorben sein da unten ich mache das absichtlich so mit den knochenrädern aus einem ganz einfachen gründen nämlich der laut da oben so genau so kann man die nämlich auch noch wegstechen so wenn wir hier jetzt nämlich einfach eigentlich diese höhle gehen würden würde uns ein gewisser herr da oben bemerken genau dann hätten wir den da im rücken spack hier nicht rum komm runter hätten wir den da nämlich im rücken hätten wir die da im rücken und gleichzeitig die höllenräder vor uns auch wenn er jetzt ziemlich leicht erscheint weil wir viel platz zu tänzen haben und ja mit der axt wirklich nicht gerade der mächtigste ist außer er trifft uns mal so wie gerade eben so wir kriegen einen weißen brocken von ihm und ich würde gerne jetzt da der letzte nekromant tot ist wieder auf mein bastard schwert wechseln so diese sache ist erledigt das nächste was ich tun will ist jetzt erstmal zurück weil ich habe ja gesagt da gibt es eine stelle wo man durch den boden bricht und dann landet man oben auf der plattform wo der ritter sich rumwuselt genau wenn wir hier durchbrechen egal durch welches loch autsch landen wir hier in dieser in dieser gruft jub sehle des kriegers sammeln wir ein und dann können wir hier den weg den der schwarze ritter genommen hat auch unternehmen so als nächstes wollen wir auf das auf an das leuchtende zeug da oben deswegen machen wir uns jetzt auf den weg zurück ich wollte nämlich erst die höllenräder den nekromanten und den ritter ausschalten bevor ich mich an auf die sachen stürze weil sonst steht man echt in der kaka und zwar wirklich ist von höllenrädern einem schwarzen ritter und einem nekromanten mit zwei bogenschützen umkreist und ich weiß nicht mal ob die höllenräder wieder aufstehen solange der nekromant noch lebt so wir können nämlich jetzt von hier aus wieder noch ein stück zurück erstmal kurz heilen und dann hoffe ich mal dass das mit meinen lebenspunkten auch so hinhaut sind nämlich nicht gerade viele können wir hier runter hüpfen und man sieht schon da ist ein rufzeichen so runter und es hat gereicht sehr gut heilen die seele auf die ja doch es ist eine seele und paladin leeroi rufen ja das hier ist jenkins also er ist angelegt an den paladin leeroi jenkins aus wo wer den kennt da gibt es ein ganz berühmtes video dazu und ja ich spiele selber eigentlich kein wo aber ich kenne das video und paladin leeroi naja wmacher also blizzard haben sogar extra ein achievement gewidmet ja sowas im ww gibt es ein achievement was leeroi jenkins heißt das ist halt an unserem paladin leeroi hier angelehnt so gut wir haben ein phantom dabei also ein weißes phantom für koop und wir haben eine nebelwand vor uns das heißt es ist wieder boss time also heim wird vorher noch mal voll schnappen unser schwert am besten zweihändig würde ich sagen wir machen uns mit leeroi auf dem weg also ja dieser leeroi hier ist wirklich angelehnt an den paladin leeroi aus dem word of warcraft video also das ist ein spieler kein charakter in word of warcraft sondern spieler der leeroi jenkins sich genannt hat hier haben wir einen großen sarg und wie wir ja von da kommt wie wir von laut weg gehört haben ist die meid aus toro und aus einem großen sarg gefallen in ein schwarzes loch und das ist dieser große sarg und ja das ist wirklich ein sarg und wir springen jetzt in diesen sarg und nehmen erst mal falsch schaden und sehen eine zwischen sequenz für den nächsten boss ja das feuerrad in englisch pinwheel genannt der wahrscheinlich creepieste boss im spiel aber auch der leichteste wenn ich gerade einen von seinen feuerdingern abkriegen und er hat uns die kunst des entfachens da gelassen durch die kunst des entfachens kannst du leuchtvolle steuerstärke entfachen das ist der hauptgrund warum wir hier runter gekommen sind übrigens heimkehrknochen und menschlichkeit jo maske des spresslings und mir fällt gerade was ein nein da muss ich wirklich mal gucken beim letzten nekromanten nämlich müsste noch was rumliegen gut wir haben die maske des spresslings bekommen kann ich mal kurz zeigen eine der drei masken des feuerrats des nekromanten der des grabes fürsten macht stahl und in den katakomben herrscht diese maske mit dem einfältigen die dem einfältigen sprösten gehört erhöht das tempo der ausdauer generation ein wenig also ja wir würden schneller wieder ausdauer kriegen sowie beim beim gras wappen schild aber würden dafür einen ziemlich komischen helm aufziehen und ab hier wird es stockfinster ja weil hier wäre ein neues gebiet schon nach dem feuerrat was auch schleichweg ja den wollen wir nehmen wir wollen nämlich nicht in das nächste gebiet das wird nämlich eine überraschung was das ist können theoretisch hier noch entlang laufen und wir müssen uns um gucken aber hier ist eigentlich nichts wir müssen nur zurück diesem weg hier folgen hier 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 hier